Eine Tischlampe mit einem Smartphone steuern? Geht das und wenn ja, braucht man so etwas? Diese Frage beantworten wir in diesem Hands-on. Bleibt dran! Hi, hier ist Kamal von TechStage und heute wollen wir einen Blick auf die Philips iCare Smart Lamp 2 werfen. Das ist eine Tischlampe mit einer augenschonenden Beleuchtung. An und für sich nichts Neues, aber sie ist intelligent und dank dem chinesischen Technologiekonzern Xiaomi ist das Teil auch mit dem Internet verbunden. Eines der Highlights der Lampe ist der Schwanenhals, der sich flexibel einstellen lässt und somit auch seine Position behält. Das Licht lässt sich direkt auf die Arbeitsfläche fixieren oder sonst irgendwo, wo man es gerade braucht. Philips und Xiaomi gewährleisten bis zu 10.000 Bewegungen und danach soll der Hals abgenutzt sein. Die starren Elemente der 1kg schweren Lampe sind aus Edelstahl gemacht. Die Farbe ist weiß, genau wie das Licht auch, aber dazu kommen wir gleich. Hier am Fuß gibt es acht Touchtasten. Zum einen Ausschalten der Hauptlampe sowie des Ambient Lights auf der Rückseite. Außerdem kann von hier auch die Helligkeit in vier Stufen bestimmt werden. Die iCare Smart Lamp 2 hat insgesamt zwei Strahler mit insgesamt 50 LEDs. Bei voller Helligkeit liegt der Verbrauch bei 10 Watt. Die Leuchtdichte beträgt 120 Lumen pro Watt, also insgesamt 1200 Lumen. Wie anfangs erwähnt ist das Licht kaltweiß, 4000 Kelvin, um es in Zahlen zu nennen. Jetzt bleibt noch eine Sache übrig. Was macht eigentlich Xiaomi mit Philips hier? Zum ersten hat die Lampe ein eigenes WLAN. Sie verbindet sich direkt mit dem Smartphone oder dem Router und kann so über das heimische LAN, aber auch über das Internet gesteuert werden. In der Mi Home App von Xiaomi kann die Helligkeit stufenlos bestimmt, aber auch verschiedene Lichtsituationen aktiviert werden. Zum Beispiel optimales Leselicht oder ein Hintergrundlicht, während man am Computer arbeitet. Das ist nicht alles, auch eine Zeituhr ist dabei. Genau wie eine Erinnerungsfunktion für die Augen, dass man so langsam eine Pause machen sollte. Was uns aber doch gefallen hat, sind die Einstellungen für die Automatisierungen. Zeitplan, Notification für Anrufe und so weiter. Also, braucht man eine derart smarte Lampe? Der Preis liegt bei etwas um die 55 Euro. So, reguläre und qualitative Tischlampen sind da nicht wirklich günstiger, es sei denn, man nimmt wirklich etwas sehr Einfaches. Wir finden die augenschonenden Funktionen der Lampe gut. Ambient Light sorgt für ein gutes Hintergrundlicht in allen Situationen. Hinzu kommen die smarten Funktionen, die unserer Meinung nach einen Mehrwert bieten. Leben kann man aber auch ohne diese. Leben kann man aber auch ohne diese.